am start auf der anderen seite der looter ist auch gut aber lange nicht so gut also jetzt mit dem royal element ist der looter echt gerade ein bisschen schlechter als er sonst wäre da sind die tuk-tuk grunts die können wir auch im stack die wollen wir mit burst lightning treffen weil sonst schlucken wir jetzt zu viel da gibt es ein bisschen lightning drauf schade für die tuk-tuk grunts riesenwuchs jetzt ein bisschen fies ja schlucken wir zum vierer nicht so schön auf der anderen seite in der menschen sind wir noch dick vorne ja er zockt sogar noch was und noch das survivalist schön ist der kater eigentlich ok also man könnte damit rechnen dass da auch noch was fieseres rauskommt an allies ja zum beispiel den pylomancer aber doppelboot hat er jetzt irgendwie immer noch weil er diese runde mounten ausgezahlt hat ja blocken wir den mulchampler aber er greift auch gar nicht an also den schlucken wir hier in vierer und da ist ein scouting turn darauf gibt es eine fist oder nicht doch das ist gut ja mein ich doch das ist eine sehr schöne karte an der stelle ja erst mal gelootert rüß oder wollen wir diesmal im gegnerischen teil möglicherweise lootern eventuell könnte der scholar schon blocken wenn er jetzt mit 2 2 survivalist angreift den will er blocken glaube ich erst mal basis insel ausgezockt ja und der nächste frage ist was man jetzt eigentlich hin legt ja also roy elemente ist natürlich schöner wenn man es wenn es sozusagen haste hat ja und mit scouting turn hat es ja doppelt haste das also ja das scouting turn will man jetzt auf keinen fall diesen zug auszogen das will man nicht legen die frage ist ob man die schnappi schnappi immer noch weg zeigen will oder ob man jetzt doch als blocker haben will weil jetzt ist er schon besser als er eben aussah wie könnte man dann gleich angreifen also wie könnte er gleich angreifen mit dem mit 1 zum beispiel allen das heißt dass das würden wir einfach noch mal vier schlucken das könnte der schnappi auch nicht besonders gut verhindern doch der schnappi verhindert zwei schaden vom survivalist ja den können wir auch mit dem scola blocken ich finde eine weitere looter aktivierung ist dann fast schon ausreichend der vorteil davon wenn man jetzt rollen in elementen legt ist man sieht ob es stirbt und ob man dann die weitere länder weg zeigen kann aber nicht weil wenn das abschaffen wird dann wahrscheinlich schon recht bald ist es nicht so ach nee ja ich dachte gerade man könnte vielleicht mit remove offens weg und scouting turn rum tricksen aber es geht beim roll elemental leider nicht so wie zum beispiel beim botscha früher aber leider nicht möglich ja also insel zocken wir doch auf jeden fall und ihr greift auch auf jeden fall fünf vierer an oder da sind wir uns einig ja ich denke auch dass wir das roll elemental jetzt schon ausspielen auch auf die gefahr hin dass es dann nicht zu einer aktivierung kommt weil er nur drauf spielt aber so haben wir den turn nicht gewährleistet und ich meine wenn es stirbt würde es halt früher oder später sowieso sterben es ist nicht so dass wir jetzt schon so stark unter druck sind dass wir es uns auf keinen fall erlauben können dass er noch zwei angreifer einmal mehr hat und eben wenn es stirbt weiß man dass man kein länder mehr ausspielen will das kann halt auch nichts sondern einfach für drei angreifen das ist ja auch nicht so schlecht ja also hat jetzt hier halt auch schon eine gewisse clock auch wenn die clock halt besser wäre wenn wir vier mehr angegriffen hätten anstatt eine extra karte zu ziehen ja also wenn wenn das roll elemental jetzt nicht um stoppt dann haben wir doch niedrig schaden im prinzip im nächsten so ziemlich sicher so mit schnappi und kreaturen saugen und flieger schaden ja molechampler blocken wir offensichtlich er bringt uns jetzt nicht in die situation wo wir entscheiden müssen ob er mit dem scola blocken das ist natürlich ganz gut für uns gehen wir auf sichere elf leben end of turn machen wir einfach scola ja ja er hat gar nichts gemacht mit seinem vielen mana und seinen zwei handkarten das ist schon ein bisschen komisch und werfen wir die insel ganz schnell weg ja die insel werfen wir weg weil zwei aktivierungen von royal elemental reichen zum gewinnen ja ich würde sagen wir zocken einfach erst mal im scouting town und target ein pilgrim sei und gucken sowas passiert irgendwas muss ja passieren ja möchte ich benutzen die ability möchte die ability auch benutzen wahrscheinlich oder ich würde sagen ja ja möchte ich benutzen die ability muss man benutzen und jetzt können wir doch einfach mal mit allen angreifen und dann ist er eigentlich erstmal dran dass er irgendwas machen muss weil das hier ist halt lethal wir könnten jetzt natürlich auch erstmal scouting town auf den survival list aktivieren aber brauchen wir eigentlich nicht oder wenn wir mit allen angreifen muss er was machen wenn wir allerdings wenn er allerdings was macht wäre es dann doch besser mit dem regular scola nicht angegriffen zu haben und wir müssen nicht mit ihm angreifen wenn wir jetzt erst mal das scouting town aktivieren dann nehmen wir natürlich die schlechteste seiner kreaturen aber wenn er was macht heißt es wahrscheinlich eher das rollelement kathol ist dann macht es keinen unterschied insofern würde ich es jetzt aktivieren ok machen wir mal schauen was er so tut dann müssen wir mit dem scola nicht angreifen nehme ich mir eine insel alles wird noch mal ein bisschen dicker und den survival list würde ich mir auf die gute seite des sports rüber saugen so schnappi wird nicht mehr aktiviert so wenn er jetzt instant wir haben einfach gewonnen geil gezockt von uns und mein fehler war dann letzten händes doch eher irrelevant okay wir machen gleich weiter mit der nächsten runde haut rein